Ich Trigger-Cut in der Kulisse. Du Fieser. Bruder, wir haben die... Wart mal, ging Discordios 1 durch Wende oder nicht? Ja, geht durch Wende. Ah ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ich hab ja auch immer, wenn ich gemacht hab, durch so Furnier. Unions haben gespawnt. Werte, was? Warte! Werte! 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 Bleib aber da, wo sie auftauchen. Nicht, dass du sie rausziehst. Die Scylla hatte in den Mitteln angefangen, glaub ich. Nee, die konnte ja schon ihre zwei platzieren und dann laufen. Ja, stimmt. Wie früh ist die da? Ja, die war aber sehr früh hier. Duell? Ja, ich spiele gar kein Duell eigentlich, ich weiß nicht, Duell reizt mich nicht, weil da die Götter alle, die Picker alle halt den gleichen Scheiß gefühlt, ne? Und... Ja, ich weiß nicht. Selten. Ich bin ja so der Konkurs-Typ. Achso, wie meinst du? Jetzt bin ich verrückt. Ich hab zu ihm gesagt, ich bin ein Konkurs-Typ. War schon alles. Hallo, ich bin Achilles. Ich hab grad nix mehr. Ich bin tot. Egal. Ich hab mal ein bisschen gespielt, aber... Ja, auf Dauer war's mir da echt irgendwie zu eintönig. Jetzt muss ich echt noch Runic-Shield schnell holen wegen diesem Hund oder was. Mhm. your middle tower is under attack Ich habe ihn mitgemt. Ja. Bist du ja so der Duellspieler oder wie? Ja! 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 Ich verstehe, keine Schmerz! Ja! Ich verstehe... Ja! Oh, das sieht sehr schmerzhaft. Ja, er hat in Conquest gerade eine 900 ELU, deswegen hat er keinen Bock drauf. Achso. Out of mana. Sorry. No problem. Ja, das ist mies, Digga. Das ist so wirklich da. Ab einem Punkt, da lohnt es sich echt kaum noch zu zocken. Also Conquest. Ich war auch einmal so lauter, habe ich zuerst gesagt, Digga, spür mal weiter, weil er hat irgendwie die ganze Zeit geworden. Ich habe richtig hart verloren. Ja, ja. Ja, das ist richtig tiefe Phase. Die hat ja den Red noch nicht. Fach, Digga. Lauf, Bruder. Oh. Fug. Trifft mich der Scheiß. Weiter, weiter, weiter. Ja, ja, alles gut. Kommt ein Dings, die dive dich safe. Lauf weiter. Gut. Okay, die haben da auf jeden Fall ein Wort. Das mit dem Nebel ausmachen, ob es erlaubt ist. Ja, ist erlaubt. Du, es ist jetzt nicht so, dass du, ähm, du hackst ja nicht das Spiel oder so, ja. Du siehst die Gegner nicht früher. Du siehst die genauso, äh, früh wie wenn der Nebel ist, aber ich finde die Map sieht halt einfach angenehm aus ohne den Nebel. Ja, eins Clash. So, um, was ich letztens? Ja, ich hab den Daumen. Oh, was ich zuerst? Woof, die sind zuerst. Dann hab ich mich vorher. Okay. Geh auf Dings, go! Ich spare dir grad von der Seite. Oh mein Gott! Hebo und so gefickt. Scheiße, okay, voll. Ah, der Hebo ist fast tot! Jawoll! Oh, komm schon! Oh, halt! Ja, lauf, 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 lauf! Oh mein Gott, ich liebe diesen Bakos. Bakos hat uns gerettet. Kann der Go on you mal. Diggy, wir haben hier grad unsere eigene Schwierigkeiten. Der die ganze Zeit, dass ich ihm helfe. Bist du grad dran? Diggy! Alles gut, ist ja keiner gesehen. Bruh. Er hat mich so hart gerettet. Äh, ich, ja und dann stirbst du so noch. Vielleicht sollten wir da assistieren. Hilfe! 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 Hey, Servus! Wie geht's dir? Ich denke, wir haben eine schlechte Zeit. Nein, der ist... Nein, der ist... Nein, der ist... Er ist da stehen geblieben. Er hatte sogar Ulti. Dann weiß ich auch nicht, was er gemacht hat. Ja, der ist da. Also schreibt er. Ja, ich habe den weg. Ja, ich habe ihn jetzt noch nicht verloren. Ja, ich habe den weg. Ja, der muss das einfach nicht verbleiben. Ich bin über den weg. Der ist das einfach nicht zufrieden. Ich bin über den weg. Dann schreit der nach Hilfe, Alter. Oh, ist er jetzt auch gerade der Hund, oder was? Echt jetzt? Hm. Hm, wieder ranked, Digga. Hm. Hm. Nein, doch nicht. Ach, er hat nur eine halbe Stunde gebraucht und jetzt stirbt er. Oh, attack, attack! Okay. Okay. I think they're having a bad time over there. Gank middle lane. Enemy missing middle. Oh, sorry. Oh, is it speeding time already? Come on, guys. Not like this. Sound ist gerade ein bisschen am Arsch, gell, bei Hyres. Echt? Ja, ja. Ich höre meine Items nicht, wenn ich einkaufe und so. Ich habe auch neu gestartet und ich höre auch ingame. Nicht komisch manchmal. Ward, hier. Digga, das ist, als ob ich so ein Kleinkind dabei bin. Wieso, was sagt der? Nein, der macht so dumme Faxen, wenn der komplette Wave hier ist, geht er mal ein Backcamp machen. Ja, gut. Und beschwert sich, dass er kein Gold hat. Basti. Dein Red Buff verliert. Ja. Hat sie da jetzt echt benutzt? Sie hat da Ulti-Dash auch. Ja, ja. Oh, Mann. Hey, wo ist es bei uns, Digi? Oh, fuck. Halt's Maul. Die fängt mich da unter dem Tower ein. Ja, das Game ist eh verloren, Digga. Der Korni. Ja, glaube ich auch. Oh, lauf, 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 lauf. Oh, nein. Ach, vielleicht schüttet er noch. Nee. Nein, dein Ernst, Digga? Gut, der Korni ist zunächst zu gebrauchen, also, ja. Was hört denn die Musik einfach an? Scheiß auf die Lane, Digga. Digga, Dig. Der Herkules wird uns wahrscheinlich töten, wenn er da ist, aber. Ich bin der Gratis! Nein, dann scheiß es auch hinter dir. Ja. 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 Mal rechte mit Camp. Mal rechte mit Camp. Enemy missing middle. Oh, ist es schon Zeitpunkt? Nee. Nice, nice, nice. Nice. Ja, die ist gedasht. Oh, Mann, hier, wo ist da? Pass auf. Hier, wo ist die? Der hat der Wäsch gefestigt? Schön. Digga, mit dem gewinnen wir das Scheiß auf Guan Yu. Ja, ist so. Guan Yu brauchen wir nicht. Später wird halt nur Herkules vielleicht ein Problem sein. Ja, nee. Den hauen wir runter. Der pusht schon Tier 2. Kommt, wie er läuft. Mit vollem Leben. Alter. Dieser Scheiß-Bot, Alter. Digga, ich glaube, der hat erst mit dem Game angefangen, oder? Enemy missing right. Oh, das sieht sehr schmerzhaft. Äh, yo, deine Freundin. Servus. Jo, willkommen zurück. Oh, jetzt gankt die sogar noch eine Silla, Alter. Sieht die nicht, dass der nichts kann? Hä? Die wollen das aussetzen, dass der nichts kann. Ja. Da kommt gleich ein Hebo. Ja. Halb jetzt wohl nicht gespielt. Wir sind 4v6. Alter, Schirmi, antwortest du mir endlich, du Pisser? Spuck auf deinen Graf. Der sagt, bist du wieder da? Schirmi, der redet jetzt eine halbe Stunde mit dir. Ich schwör's dir, Digga. Ich dachte, ich muss nicht produzieren. Ja, ja, aber duellieren kannst du dich, mir antworten nicht, ne? Wirklich mir. Innen. Cancel that. Ihr seid da auf euch allein gestellt. Ja. Der Hebo ist bei Hälfte. Ja, vorsichtig. Okay. Der hat noch Kulti, gell? Ja, ja, hat er. Der ist gerade hier in der Decke. Enemy missing right. Yo, bei dir. Der Hebo ist bei Hälfte. Ja, das war so. Der Hebo solo. Jawohl. Still als gedasht? Ich wollte eigentlich blinkern, denn jetzt ist ja Piss eigentlich. Ach stimmt, du hast jetzt frei. Alter, ich bin zu hoch. Guck mal, der Hebo solo. ja man ja morgen können wir doch mal ein paar casuals zocken der herrk denkt er kann machen was er will kann aber nicht weil die jingwei den übelst unter ball hat wir laufen da im runde hell war hell war hell weiß was zu essen wenn du was zu essen meins kenne ich es der stirbt rechts scheiße auf den digger war für mich nie in diesem game vor allen da ist mann Wir können den Tower hier nehmen. Jaja. Oh, Hebo bei mir. Wie geil, Digi! Der wird ausradiert. Okay. Die Goldfury. Oh, sieht so schmerzhaft. Oh, das ist so. Ist nicht so meins, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, mir gefällt dieser Nachgeschmack nicht. Hey! Ich triggere gerade den Hercules. Ich würde ihn am liebsten auslachen, aber in der Ecke erwartet mich der Tod. Was für eine Korn, du Digi. Der Jack-Beyer-Giant. Hehehe. Bayer-Giant? Ja. Wo ist es? Oh, ja! Okay, mejor Krat Jewish ist es, wie Sauber. Also Verdader! die jingrenium dann sind anders auch gut, oh hinter mir Ich hab' den Guck mal gehängt! Alter hast du gesehen wie ich die verarscht hab' Ja man Entschuldigung Kein Problem ich krasch erstmal sein Mikro Der Herak ist wahrscheinlich voll getriggert, Digg. Ja, der dachte sich so easy game gegen diesen Guan Yu. Und den Rest des Teams vergessen. Silla hat keine Pizza mehr, gell? Ja, ja, ja. Da wartet eine Silla in der Ecke. Ja. Jetzt bin ich der Spacken, guck da. Wie so ein Typ, der Down-Syndrom hat. Ja, ich... Ich hau ab, der. Ja, ja. Oh Gott. Dieser Hebo ist so griezen. Digga. Oh, er ist wahrscheinlich so gut schildert, Digg. Digga, wir machen die... Wir ficken die halt schon hart gehabt, gell? Ja, die werden richtig fahrlässig, Digga. Weil er rückt sich nicht so oft, dass wir so knapp davon kommen. Ich kenne das, Digga. Mach dieser Bot an meinem Speedbump, Digga. Der piste. Scheiße. Oh mein Gott. Alter, ich weiß nicht, ob das... Alter, wenn das geplant war von der Jingwei. Hm. Die hat gewartet, dass der Hu Yi springt und hat da, wo er hinkommt, ihre Dings runtergesetzt, Alter. Ja. Ich glaube, die Jingwei ist heftig. Heftig drauf. Goodbye, have a great time. Nein. Du lenkst ihn ab, oder? Ja, ja. Das ist ja ablänglich. Ich töte diesen Hund. Der hat's für uns nicht geliebt. Na, da kommt... Du könntest schon jedes Mal mit Gua Nu reinhüttet. Ich denke, das ist so ein schwachen Schotter. Scheiße, Digga. Guck mal hin. Stirb gut. Egal, der lenkt die ab für uns. Machen wir Tower, oder? Kann an sich nicht so viel tanken, ehrlich gesagt. Ja. Ich muss mich bezahlen. Achilles Autotecs sind so behindert. Das ist unglaublich, ne? Die machen einfach so übertrieben Base Damage. Ich weiß nicht, wie viele Worts wir haben. Kriegt Panik-Attacke. Das war jetzt zu viel. Na los, vergiss die linke Lane. Die ist unwichtig. Fickt euch! Ja, verdammt, ich hab meine drei nicht... Okay, Physical, Magical, Defense, Braum als noch Physical. Lauf! Die drei findest du so heftig, Digga! Weißt du, die zwei oder die drei? Die drei. Weißt du überhaupt, was du mit der drei machen kannst? Äh, du kriegst doch cooldown, wenn du... Ja, Mann. Ja. Und du kriegst heftig viel cooldown, wenn du die ganze Zeit drin bist. Genau. Du kannst ja statt einer drei Abilities spammen, Alter. Okay, was machen wir? Ja, Helge ist tot. Der Hippo kommt gerade von rechts. Der Hippo denkt, der kann davon da sneaken, Digga. Der ist weg, Digga. Wer geht zu mir so offen. Er spielt die so downy, Digga. Ich schmör's dir. Ah, du bist noch gar nicht da, gell? Ne, ne, ich bin nicht da. Natürlich! Okay, ich hab gerade das Video geguckt, jetzt war ich kurz irritiert. Oh, ist es Feeding-Time schon? Du bist bereit? Du bist bereit, Bruder. Dieser Damage... Fuck you, Alter, ich hab keinen Bock mehr. Sicherlich. Der geht einfach, weil er zu viel Damage macht. Ey, Leute. Okay. 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 Ich bin das... Ich bin das. Der blöch! Ich bin das. Und was am Wunder. Ich bin hier für mich komplett allein. Diggy, was machen wir eigentlich? Nice. 27.2. Hat mir viel Spaß gemacht. Ah, ich bin hier. Jetzt sind wir die Klingfier. Was ist die Klingfier? Naja, ich weiß nicht warum Jingwei da für Red geht. Ja. Wenn er bleibt. Wenn er bleibt. Nein. Ja, glaube ich dir. Manchmal hat man so einen richtig schönen Lauf. Ja. 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 Decker, wie schnell haut ihr die runter, hab ich mich verarscht. Ich glaub der Bakus hat ein DC. Du hättest ihn aber verdammt. Oh shit, Bakus. Scylla, der Herkules hat dir gerade aus der Scylla damage gerettet. Oh, wie geil. Hm. Komm. Mein Gott, der geht an euch. Der geht an euch. Hört ihr den Kill? Halt die Fresse, du Stück Scheiße. Oh man. Was sagt der? Der sagt, I'm the greatest. Oh Gott, sorry. Der wurde ausgelöscht. 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 Würde man sagen, ey. I'm the greatest. I'm the greatest. You're welcome. Der sagt you're welcome, Alter. Aber jetzt hat er geschrieben Fanks. Ich hab' kapiert nicht. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere. Sie helfen uns das auszudrücken. F dart euch! Was ist das sehr, der? F Colon? Fっちゃd euch! F Tür, du sag! Fitt euch! F集 euch! Fass. Gett euch! Untertitelung des ZDF, 2020